Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierher gebracht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital, obwohl er es manchmal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. Entfernt diesen Schandfleck aus Akon, alter Ihr. Vielleicht reinigt das auch euch. Ruht euch hier aus, bis ihr bereit seid. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So. So. so und der nächste erledigt hier bar und bettel bei saladin nur dass er sie nicht zu schützen vermag die 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 Ich hab ihn! Bring euch zur Strecke! Euch hol ich mir! Ha! Ihr wacht, vor meinen Augen zu stehen! Das kostet euch euren Halt! Was steht ihr hier herum? Let's gehen! Ah, was? Hm, richtiger Halle, richtiger Halle jetzt. Ha! Ja! Keine Halle, ich wäre auch! Ha! 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 Danke euch! Danke euch! Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Wir haben getroffen, Herr, oh! Jo, Burger 3 gerettet. 3 von 2 Burger im Arm sind von Akon gerettet. Versuche nicht zu flüchten, alter Mann! Es gibt keinen Ausweg! Was ist euer Begehr? Versuche nicht zu flüchten, alter Mann! Es gibt keinen Ausweg! Vielleicht komm ich von oben, luke ich wie rein. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Er wird sich noch verletzen und wenn das passiert, werde ich nicht helfen. Oh, der ist voll runter. Das ist ja was. Ach, da kann ich schon gut machen. Ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? Was in Gottes Namen trattet er da? Dort ist er! Gibt es einen Grund für diesen Unfug? Dort ist er! Hey! Krass! Ja! Krass! Kass. Das war's für heute. 3 von 11 Aussichtspunkten im A-Befehl von Acon Acklommen. Zutritt verboten, hinfort mit euch! Trotzdem konntest du mich nicht abwehren, obwohl du auf mich gezielt hast. Ich werde die erstmal alle erledigen, wenn ich dann später meine Ruhe habe. Assafine, hier drüben! Ich strecke die Glieder! Hier könnt ihr nicht entkommen! Damit kommt ihr zu! Alter! Ja! Wer hat diese Person umgebracht? Kann ich irgendwie runter oder springen? Äh, klettern. Ja, von hier kann ich nicht. Ah, nein! Ich bin ja wieder außen. Ach, aber da ist ein Loch. Wäre es nicht lustig, wenn er sich verletzen würde? Nein, bitte geht nicht einfach! Nur ein paar Münzen! Bitte! Danke! Vielen Dank, Leute! Tschüss! In Gottes Namen trefft ihr da! Ja, da muss ich theoretisch von vorne reingehen, aber das ist schön auch wach, Leute. Deswegen versuche ich mal hier runter zu klettern. Nein, Hilfe! Helft mir! Bitte! Ihr müsst mir helfen! Genug, mein Sohn! Ich bat euch, den Patienten zu holen, nicht ihn zu töten. Na, na. Alles wird wieder gut. Nein! Nein! Gebt mir eure Hand! Nein! Rührt mich nicht an! Nie wieder! Überwindet eure Furcht, sonst kann ich nicht helfen. Mir helfen? Nein! So wie ihr den anderen heißt! Ihr habt ihnen die Seelen geraubt! Ich hab's... gesehen! Aber meine nicht! Nein! Meine kriegt ihr nicht! Ah! Reist euch zusammen! Glaubt ihr, das gefällt mir! Glaubt ihr, ich möchte euch wehtun? Aber ihr lasst mir keine Wahl! Jedes freundliche Wort begleitet von einem Hieb! Alles nur Lug und Trug! Er wird nicht ruhen, bevor sich alle vor ihm beugen! Das hättet ihr besser nicht getan! Bringt ihn in sein Quartier! Ich folge euch, wenn ich hier fertig bin! Ich bleibe nicht hier! Ich werde wieder entfliehen! Nein! Wohl kaum! Brecht ihm die Beine! Alle beide! Es tut mir so leid, mein Kind! Habt ihr, Leute, nichts Besseres zu tun! Payback is a bitch, man! So, jetzt kommt der große Fight! Fight! Aus! Also nochmal, wir würden ihn mit dem Gemäßigung halten und aus Marsch stellen! Und da gleich wird es burn it down! Warum konnt das du nicht? Was wollen das denn? Warum konnt das du nicht? Was wollen das denn? Ja, konnt das doch mal! Die ganze Zeit X drücken macht nichts, ne? Das ist das Typ, oder? Warm- oder? Das sind technisch, oder? Ja! Das ist das Typ, oder? Es ist ein Typ, oder? Ich bin ja klar, genau. Halt! Beteilig! Dann bleiben die Schauern! Na! Ja! Vergiss! Aber ... Wer bewegt sich? Wie ... Wie habt ihr das gemacht? Ich hab mal getrunken. Das Schlimmste ist voll. 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 Du bist so naiv. Das Schlimmste ist voll. Das Schlimmste ist voll. Das Schlimmste ist voll. Das Schlimmste ist voll.